Hallihallo Leute, willkommen zu einem neuen Minecraft Tutorial, in dem ich euch heute zeigen möchte, wie ihr eine super einfach nachzubauende und sehr effiziente Hühnerfarm in Minecraft bauen könnt. Diese Hühner- bzw. Chickenfarm in Minecraft ist perfekt für den Start jeder Survival-Welt geeignet, da ihr mit dieser Farm sehr einfach große Mengen an Essen bekommt und auch Federn, die ihr zum Beispiel mit Villagern handeln könnt. Die Technik hinter der Farm ist denkbar einfach. Ich erkläre sie euch einmal im Schnelldurchlauf. Hier oben in der Farm haben wir 24 ausgewachsene Hühner, die fleißig Eier legen. Sobald ein Ei gelegt wird, geht es hier vorne in diesen Hopper rein, der saugt es quasi auf und übergibt es an den Dispenser. Zeitgleich erkennt hier vorne der Comparator, dass sich hier vorne im Hopper ein Item befunden hat. Ihr konntet das gerade sehen. Der Comparator wird aktiviert und das Ganze wird von einem Observer erkennt, der hier vorne das Block-Update bzw. das Redstone-Signal erkennt und das Signal dann mit einem weiteren Observer hier vorne in den Block reingibt. Mit der Aktivierung dieses Blockes wird auch der Dispenser aktiviert und nun schießt er das Ei aus. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schlüpft aus dem Ei ein Huhn und das Babyhuhn wächst im Hopper auf. Sobald das Babyhuhn ausgewachsen ist, verändert es seine Größe, wird also größer und kommt dann mit dem Kopf hier vorne in diesen Lava-Cauldron rein und verbrennt dort und dann droppt entsprechend, wie ihr es kennt, gebratenes Hühnchen, Fleisch und Federn. Diese werden wiederum aufgesaugt und landen letztendlich in der Kiste. Im Vergleich zu meinen vorherigen Designs hat sich vor allem hier vorne in der Killkammer einiges getan, denn mit dem alten Design gab es Probleme, die ich euch einmal schnell erkläre. Um euch das Problem bei den alten Hühnerfarmen etwas besser zu verdeutlichen, habe ich jetzt einmal unsere neue Hühnerfarm und ein altes Hühnerfarm-Design nebeneinander gebaut. Ihr seht, der Großteil der Technik ist gleich, der einzige Unterschied sind hier oben diese Killkammern. Beim alten Design wurde es in der Regel so gelöst, dass wir hier unten einen Half-Slap hatten, die Hühner darauf spawnen die Babyhühner bzw. durch die Eier hierauf schlüpfen und dann, wenn sie erwachsen werden, von der Lava gegrillt werden. Das Problem ist nun, dass wenn ein Babyhuhn unglücklich steht, dieses vom Ei getroffen wird, einen Schaden von Null bekommt, sich trotzdem erschrickt, nach oben hüpft und dann von der Lava gegrillt wird, obwohl wir das nicht wollen. Das Problem ist hier vorne beim neuen Design gelöst, sodass alle Babyhühner auch leben können, bis sie ausgewachsen sind, um dann letztendlich auch wieder von der Lava gegrillt zu werden. Um die Farmen in ihrer kompaktesten Variante nachzubauen, werden nicht wirklich viele Materialien benötigt. Ihr könnt an dieser Stelle das Video einmal pausieren, euch die Materialien zusammensuchen und dann geht's schon los. Los geht's mit dem Tutorial, in dem wir als erstes eine Grundfläche vorbereiten, die 5x3 Blöcke hat. Als erstes platzieren wir jetzt eine Kiste. In dieser Kiste soll nachher das gebratene Fleisch landen. In diese Kiste lassen wir dafür einmal einen Hopper zeigen, der das Fleisch dann von hier vorne in die Kiste transportieren würde. Hinter den Hopper platzieren wir einen vollen Block und auf diesem vollen Block platzieren wir einen Dispenser. Wichtig, es muss ein Dispenser und kein Dropper sein. Dieser Dispenser schießt dann, wie vorhin erklärt, die Eier aus. Damit die Hühner nun in dem Hopper, wie vorhin erklärt, aufwachsen können, müssen wir den Hopper, jetzt auch ganz wichtig, in den Dispenser zeigen lassen. Das heißt, wir halten die Shift-Taste gedrückt und gucken, dass der Hopper in den Dispenser zeigt. Nun können wir auf diesen Dispenser, beziehungsweise auf den Hopper, einmal einen Cauldron stellen und in diesen Cauldron tun wir die Lava rein. Das heißt, sobald die Hühner ausgewachsen sind, kommen die mit dem Kopf in die Lava und werden dort gegrillt. Im nächsten Schritt sorgen wir nun dafür, dass Eier in unsere Farm kommen können. Dafür nehmen wir uns wieder einen Hopper und lassen diesen auf die Rückseite, beziehungsweise in die Rückseite mit Shift-Klick vom Dispenser zeigen. Nun würden die Items hier vorne in den Dispenser transportiert werden. Damit die Hühner nicht in den Hopper reinglitschen, optional, platzieren wir hierauf jetzt einmal einen Teppich. Damit die Hühner jetzt nicht ausbrechen, sollten wir mindestens hier einmal eine Reihe an Blöcken um unseren Teppich ziehen. Und wenn die Hühner nachher drin sind, macht auch ein Deckel drauf, nicht, dass die Hühner hier nachher ausbrechen. Nun ist es an der Zeit, die Hühner in die Farm zu bekommen. Dazu gibt es im Survival-Modus verschiedene Wege. Mein Lieblingsweg ist es, ganz viele Eier zu sammeln. Das geht ja recht einfach. Und dann 24 kleine Hühnchen hier vorne in die Farm quasi zu spawnen. Ein alternativer Weg ist es, zwei erwachsene Hühner zu nehmen und die mit ein wenig Samen in der Hand hier vorne in das Loch zu schieben und dann miteinander zu paaren. Ganz wichtig ist, sobald wir mehr als 24 Hühner hier vorne in dem Loch haben, kann es sein, dass diese anfangen zu sterben. Schuld daran ist im Minecraft die Maximum Entity Cramming Regel, die dafür sorgt, ihr könnt es jetzt hier im Hintergrund sehen, dass wenn mehr als 24 Tiere auf einem Loch sind, diese sterben. Das heißt, 24 Hühner in der Farm ist das Maximum. Solltet ihr es erweitern wollen, könnt ihr die Fläche hier vorne mit weiteren Hoppern quasi entsprechend erweitern. Aus meiner Erfahrung reicht es aber vollkommen aus, wenn wir 24 Hühner in der Farm haben, um mehr als ausreichend Essen zu bekommen. Im Grunde genommen fehlt jetzt nun nur noch die Redstone-Technik, die denkbar einfach ist. Wir möchten jetzt erkennen, ob hier vorne im Hopper sich ein Ei befindet und sollte das der Fall sein, soll der Dispenser dieses ausschießen. Damit es funktioniert, nehmen wir uns jetzt einmal einen Observer und platzieren diesen an dieser Stelle. Wichtig ist, dass der Observer nach oben schaut, also nach oben beobachtet, ob sich dort etwas tut. Das heißt, wir gehen von unten hin, platzieren einen temporären Block und lassen den Observer mit dem Gesicht nach oben zeigen. Das heißt, er guckt nun, ob hier etwas passiert. Damit wir sehen können, ob etwas passiert, müssen wir hier auf einmal einen Comparator setzen, der erkennt, wenn sich ein Item hier im Hopper befindet. Ich zeige euch das jetzt mal. Sobald ich hier ein Item bzw. ein Ei reinschmeiße, wird das Signal ausgegeben und auch der Observer erkennt dies und gibt das Signal weiter. Damit nun das Signal hier vorne in den Block und damit auch in den Dispenser geht, benötigen wir noch einen weiteren Observer, der mit dem Gesicht hier vorne in den anderen Observer reinschaut. Das heißt, wir platzieren diesen auch wieder ausgerichtet mit dem Gesicht nach vorne. Das heißt, das Signal wird hier vorne erkannt, der Observer erkennt es. Der Observer erkennt es, gibt das Signal hier weiter und bepowert damit den Dispenser. Das heißt, wenn ich jetzt hier vorne ein Ei reinschmeiße, man kann es im Hintergrund hören, wird das Signal unten weitergegeben und das Ei wird ausgeschossen und im Idealfall spawnt hier drinnen direkt schon ein Babyhühnchen. Grundsätzlich ist damit der Bau der Farm abgeschlossen. Es gibt jedoch noch eine wichtige Sache, die ihr beachten solltet. Und zwar ist es in meinem Test durchaus so gewesen, dass wenn ich hier keine Blöcke um diese Killkammer gebaut habe, dass es in seltenen Fällen passieren kann, dass das Fleisch zur Seite rausfliegt. Damit das nicht passiert, würde ich wie hier vorne hingehen und mindestens die drei Seiten hier verkleiden um diese Killkammer, sodass die Items nicht rausglitschen können. Möchtet ihr die Farm schick einbauen, würde ich einfach empfehlen, hier vorne an diesen Stellen weitere Blöcke hochzuziehen. So wird wie gesagt verhindert, dass auch das Fleisch nach außen rausfliegt. Und schon haben wir hier ein schickes Farm-Design und die Farm ist einsatzbereit. Damit sind wir dann auch schon am Ende des Tutorials angekommen und ich hoffe, dass ihr viel Spaß mit diesem Tutorial hattet. Wenn es euch weitergeholfen hat, vergessen ich den Daumen nach oben zu geben, den Kanal kostenlos zu abonnieren für weitere kostenlose Tutorials und ich sage danke fürs Zusehen und bis bald zum nächsten Tutorial.